Jetzt fehlt uns nur noch Multiplizieren von Bruchtermen. Also zum Beispiel 18xy 3x plus 9y mal 4x plus 12y durch 9yz. Und wir haben da eine bestimmte Reihenfolge, an der wir uns da halten. Erstens herausheben, zweitens kürzen, drittens Multiplizieren. Dann tun wir mal herausheben. 2 mal 9 mal x mal y, 3 mal x plus 3y. Da nehmen wir jetzt 4 mal x plus 3y durch 9 mal yz. Schreiben wir es nochmal hin. Der lange Bruchstrich. 2 mal 9 mal x mal y mal 4 mal x plus 3y. 3 mal x plus 3y mal 9 mal yz. So, was können wir denn da alles kürzen? Da haben wir mal den 9er. Und weg ist er. Dann haben wir das y. Und weg ist es. Dann haben wir x plus 3y. Und weg sind sie. Da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, gell? 2x mal 4. Das sind also 8x. 3z. Fertig. Definitionsmenge. Die Reihenzahlen ohne die 0. Das war also ganz einfach. Und man könnte es auch so hinschreiben. a durch b mal c durch d ist nichts anderes als wir a mal c durch b mal d. Also genau so, wie wir es mit den Zahlen gemacht haben. Das war also so. Dann geht es. Wir kommen zum nächsten Mal. Das war auch mal. Adam. Pues denn. Also schon.